Am 14. Februar ist One Billion Rising Day in Berlin und Bündnis 90 Die Grünen sind dabei. Gewalt gegen Frauen beginnt bei der gezielten Entwürdigung, beim Kleinmachen, bei der Demütigung, bei dem Versuch eine Frau in die Ecke zu stellen, um Machtspielchen zu spielen. Und dagegen kämpfen wir auf allen Ebenen. Gewalt gegen Frau zerstört Leben. Das Leben der Opfer, der Familien und deren Freunde. Deswegen werden wir am 14. am Brandenburger Tor tanzen für unsere Mütter, unsere Schwestern und unsere Freundinnen, damit ihnen diese grässlichen Taten nicht mehr widerfahren. Ja.